Musik Wir sind eine Gruppe von Menschen aus ganz Deutschland und organisieren das Klimacamp Ranzingerland. Auch das Klimacamp findet ein Ort statt, an dem die Klimakrise verursacht wird. Wir gehen nach Pödelwitz, einem kleinen Dorf, das dem Braunkohletagebau Vereinigtes Schlehenheim weichen soll. Denn obwohl Berlin 2017 schon aus der Braunkohle ausgestiegen ist, laufen die Kraftwerke in der Lausitz, im Rheinland und eben auch im Braunkohlerevier bei Leipzig immer noch. Für den Profit weniger Konzerne werden Lebensgrundlagen zerstört, das Klima verheizt und Menschen vertrieben. Hier und anderswo in der Welt. Damit muss Schluss sein. Wir sagen System Change, not Climate Change. Wir wollen eine Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig unterstützen. In der Männer zu Hause bleiben, wenn Kinder krank sind und wo die Klos von allen geputzt werden. Wir wollen eine Wirtschaft, die Lebensgrundlagen erhält, von allen und für alle. Dafür brauchen wir eine soziale, ökologische und demokratische Gesellschaft. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Auf dem Klimacamp entwickeln wir Ideen, wir lernen miteinander und wir leben praktische Alternativen. Mit lauten und leisen Stimmen, mit Kooperation, Widerstand und natürlich auch mit guter Mucke. Kommt vorbei, stellt eure Fragen und mischt euch ein. Für ein gutes Leben für uns alle. Wir sehen uns vom 28.7. bis 5.8. zum Körnöwitz. Wir sehen uns beim nächsten Mal.